Für alle Leute aus Nordrhein-Westfalen, den Nathalie und ich, oder beziehungsweise den Weybert, wir machen am Donnerstag in den Sinnkreis hier in diesen heiligen Hallen und am Freitag machen wir einen Redekreis. Hardsharing. Hardsharing, Open End. Donnerstag geht es 17 Uhr los oder 18 Uhr? Da haben wir uns noch nicht ganz festgelegt. Dann sollten wir das machen, das ist ein Ladungsvideo. 17.30 Uhr dann? 17.30 Uhr am Donnerstag, Sinnkreis, wir sind auf jeden Fall zu dritt oder zu viert wahrscheinlich und Hardsharing am Freitag könnte sein, dass wir ein paar mehr sind und ja, geht 18 Uhr dann? Geht es 17 Uhr los oder Freitag 17 Uhr? Das ist egal, das ist Freitag. Freitag geht es nicht egal, also es geht 17 Uhr los. Okay. Freitag 17 Uhr, Hardsharing, Redekreis. Du bist so nah, ich bin fertig. Okay, und am Donnerstag 17.30 Uhr, Sinnkreis. Nichts mitbringen, keine Spendenempfehlung, kein Dings, free for all. Wir freuen uns. Genau, wenn ihr von Freitag zu Samstag, weil der Redekreis kann lange dauern, eine Schlafgelegenheit braucht, könnt ihr hier auch schlafen für eine Nacht. Und, außer ihr seid extrem asozial, dann nicht. Aber das... Ab mittags dann wieder abdampfen. Genau, aber ansonsten, also es geht wirklich darum, alles was man auf dem Herzen hat, auch mal sagen, sie können anderen zuzuhören. Wenn ihr da habt, bringt euch selber was mit? Nein, es gibt nichts zu essen beim Redekreis, ganz wichtig, nur Wasser trinken beim Redekreis. Und wir trinken nächsten Morgen für Frühstück? Für Frühstück, ja, aber beim Redekreis nur Wasser und klaren Geist. Auch nichts rauchen oder snacken oder sonst irgendwas. Tee wäre noch eine Möglichkeit und beim Sinkreis ja sowieso nicht. Also, herzliche Einladung, Donnerstag und Freitag, Redekreis, äh, Sinkreis Donnerstag, Redekreis am Freitag. Bis dann, ciao.